dann gehen wir zum boss und vor dem boss werden wir uns aber noch mal ein bisschen heilen aber mit heal potions die können wir uns in der stadt der nachkaufen 618 erfahrungspunkte und 1200 gold erhalten da kommen wahrscheinlich noch mal ein gegner aber den kriegen wir dann schon noch ein grauer wurm ja 16 schadenspunkte es wären vier felder so für jedes weg der jeder von uns ein schadenspunkt das heißt 16 durch 4 werden 4 das wird nur vier felder gehen können da war das hier wirklich zu bevorzugen 417 erfahrungspunkte und 400 gold erhalten ein roter gigant jetzt kommt dann noch mal ein roter gigant mal sehen ob wir besiegen können bevor er angreift nein und er greift rikula dann na toll naja wir hätten ihn aber besiegt in dieser runde noch schade naja müssen wir dann auch noch weg können 376 erfahrungspunkte und 1506 gold erhalten so jetzt wird hier geheilt leute mit heal potions vielleicht sollte ich erstmal wirklich machen müssen uns dann wieder sehr viele potions kaufen leute einmal war es voll ok bei dir nicht bei dir ist hier ok jetzt hätte ich noch eine wisst ihr was ich habe die wahl zwischen acht bei rikulat oder zwölf bei mir dann hebe ich sie auf ok ok ist es du der tinder der die fähigte die fähigte der Erde und mich schmerzt? ich, Carrie, werde dir nun die Kraft des Feuer zeigen und du schmerzt in ihren Flamen Also bist du das? Der Wicht, der den Unheil der Erde besiegt hat? Und nun meinen Schlaf stört? Ich, Carrie, werde dir zeigen, was die Kraft des Feuers kann. Und du sollst in den Flammen verbrennen. Okay, also ich greife an. Du machst Magic. Und zwar mache ich hier einen Slow mal. Und du machst Invasion 2. Du greifst an. 63 Schadenspunkte. 8 Schadenspunkte. So, ich kann besser ausweichen. Wir können alle besser ausweichen. Das ist ja für die ganze Gruppe. Von dem ist das echt geil. Feuer 2. Toll. Naja, eigentlich nicht so toll. Aber egal. Macht sie jetzt. Davon würden wir noch einen aushalten. Also sogar noch 2, 3. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Slow. Und. Ah, ineffektiv. Schade. Okay. Ich gehe auch wieder an. So, was hast du noch? Fast oder Confusion? Versuchen wir mal Confusion. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber egal. Und hier machen wir noch Fog 2. Das hört dir unsere Rüstung. Wow. Nur 1 Punkt Schaden pro Angriff. So. Funktioniert das? Ineffektiv. Schade. Mist. Wow. Haha. Es soll nur noch normaler Angriff auf mich machen. Und der Bass ist so einfach dann. So. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal unsere Rüstung erhöht, Leute. Das gefällt mir dann doch sehr. 102 Punkte Kretter Schötter verschaden. Sehr schön. So, ich gehe auch wieder an. Du machst jetzt. Ähm. Fast. Auf. Auf Riku. Nein, auf dich selbst. Und du machst jetzt. Das ist fertig. Das sind nur Heilzauber. Pure Fear. Ey, Ice. Das wird uns hier nichts mehr helfen. Ähm. Fear. Was macht Fear? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich sehe mal nochmal nach, Leute. So. Was macht Fear? Fear. Wo ist es denn? Was ist denn? Äh, vier Zauber. Ah, hier. Äh, okay. Machen wir nicht. Das ist wirklich einfach nur Furcht. Es bringt den Gegner dazu, zu fliehen. Gut, Pure auch nicht. Hier. Cure. Harm. Äh, haben wir sowieso null. Äh, Invasion haben wir schon auf der ganzen Gruppe. Lamp bringt uns auch nichts. Jetzt, wir könnten Mute versuchen. Kräftarys. Oh, das war echt heftig. Und, ineffektiv. Schade. Okay. 96 Schadenspunkte. Sehr gut. Prozocker macht auf sich selbst schnell. Jetzt greift er schneller an. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir zuerst drankommen. Oder Prozocker zumindest. Gegenüber dem Gegner. Und deswegen greift, macht er jetzt noch fast. Auf Rekulat. Das heißt, falls Rekulat dann drankommt, kann er schneller heilen. So, aber, äh, gut. Hm. Ja, jetzt hätte ich eigentlich hier nur noch Heilzauber. Wisst ihr was? Ich mach auch mal einen Heal 2. So, jetzt kommt Rekulat eher dran. Dark. Da kann Rekulat ja jetzt dann Lamp zaubern. Das ist sehr gut. Und es betrifft ja wirklich alle. Na toll. Ah, Darius nicht. So, erst mein Heal 2. Okay. Ich hab wieder volles Leben. Prozock hat, glaub ich, wieder volles Leben. Rekulat dürfte dann auch wieder volles Leben haben. Ja. Und Darius? Ah, mal sehen. Ich glaube eher nicht. Nein, der hat nicht volles Leben. Okay. So, ich greif an. Du machst jetzt fast auf mich. Und du machst jetzt Lamp. Auf mich. Und du greifst an. Sehr schön. Damit sind wir auch jetzt schneller als der Boss. Darius macht deinen Schadenspunkt. Und wir sehen wieder was. Und wir sehen wieder was. Bei Prozock und mir lasse ich, äh, und Rekulat lasse ich das jetzt einfach mal drauf. Die werden sowieso mit Zaubern eher angreifen. So, ein Fast haben wir noch. Der ist dann für Darius. Und, ja. Du kannst dann tatsächlich... Oh, Moment mal. Rekulat ist fast tot. Wieso ist Rekulat fast tot? Ich mach hier jetzt mal ein Cure 3 auf Rekulat. So, damit sind die jetzt alle beschleunigt. Das find ich sehr gut. Feuer 2. Das ist irgendwie schade, dass der vor Rekulat noch drankommt. Oh, oh. Puh, Glück. Rekulat, wenn er jetzt gestorben wäre, hätten wir echt Pech gehabt. Genau deswegen hab ich eigentlich Fast auf uns alle gezaubert. Damit wir vor dem Boss drankommen. Aber er hatte halt leider keinen Slow. Das heißt, wir sind zwar schneller, aber er ist nicht verlangsamt. 95 Lebenspunkte gehalt. Ja, wir haben den Boss besiegt. Ich war mit Pozock und mit dem Buffen noch nicht durch. Verdammt. Egal. 618 Erfahrungspunkte und 3000 Gold erhalten, Leute. So, sollte ich nochmal heilen? Ach ja, ich mach einen Heal. Wobei. Nee. Und die zweite leuchtet, die oben links. Aha. Und hier müsste ja dann ein Ausgang sein. So, dann geht es jetzt zurück in die Stadt, Leute. Ich finde es toll, Leute. Wir haben den zweiten Unhold besiegt. Damit hätten wir jetzt... Also, wir haben ja den Anfang schon fertig. Dann haben wir die erste Kugel fertig gemacht. Jetzt die zweite. Also, ich glaube, wir haben jetzt drei Fünftel des Spiels ungefähr durch. Bin ich ja mal gespannt, wie es da noch weitergeht. Und was ich als nächstes mache? Erkunde ich jetzt die ganzen Flüsse als nächstes? Oder schaue ich mich wie auf dem Meeren weiter um? Keine Ahnung. Mal sehen. 366 Erfahrungspunkte und 122 Gold erhalten. Hm? Nein, ich lasse Rekulat Dena, oder? Nein, ich lasse Rekulat Dena angreifen, mit der wird höchstwahrscheinlich überleben. Genau. Den Schaden am besten verteilt. Hauptsache, ich werde noch vergiftet. 426 Erfahrungspunkt und 142 Gold erhalten. 526 amorf wie Gute. 626г. 226 Rekulat Dena. 332 Rekulat Dena. 332 Rekulat Dena. 333 Rekulat Dena. 435 Rekulat Dena. 532 Rekulat Dena. 540 Rekulat Dena. 530 Rekulat Dena. 635 Rekulat Dena. Ich finde das richtig schön, momentan sind Prozock-Kataris und ich gleich stark in etwa. Und sogar Rikulat ist ein bisschen stärker geworden. Wenn ich jetzt dann der nächste Mal eine bessere Waffe bekomme und sogar vier Treffer machen, dann werde ich wieder übermächtig. Oh, das wird geil. 240 Gefangspunkte und 80 Gold erhalten. Eine Hydra! 228 Gefangspunkte und 150 Gold erhalten. Und wir sind da! Gut Leute, dann möchte ich jetzt erstmal wieder einkaufen. Wir bräuchten ein Haus und 24 Heal Potions. Machen wir das mal. So, erstmal... Ich kaufe zwei Häuser. Damit wir eins wieder irgendwo benutzen können. Und dann Heal Potions. Da haben wir jetzt... Dann insgesamt zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Sieben... Acht... Acht... Neun... Zehn... Elf... Zwölf... Dreizehn... Vierzehn... Fünfzehn... Fünfzehn... Sechzehn... Siebzehn... Achtzehn... Neunzehn... Zwanzig... Einundzwanzig... Zweiundzwanzig... Vierundzwanzig... Und die Fünfundzwanzig... So, mal sehen, ob ich mich nicht verzählt habe. Nein, habe ich nicht. Super! Dann bräuchten wir nur noch wieder ein paar Zelte und ein paar Soft Potions. So, dann gehen wir jetzt die Rüstung verkaufen. Unseren teuren Stahlhanisch. Lange haben wir darauf gespart gehabt, aber egal. So, Rüstung... Passt alles? Ja. Und Waffen? Passt auch alles? Super! Dann wird jetzt gespeichert. Ich habe mir keine Lust, die 24 Hay-Potions nochmal zu kaufen. Wenn ich das eh schon getan hatte. 134.000 Gold haben wir, Leute! Geil! Ich habe keine Lust, die 24 Hay-Potions nochmal zu kaufen. So, und dann würde ich jetzt einfach mal aufhören. Die Grafik-Bugs sind ja wieder da. Das heißt... Ich würde schon gerne wissen, was die Weisen zu sagen haben. Und es nicht versuchen wollen zu entziffern. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Also dann, bis morgen, Leute! Ciao!